Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dokumentation. Super, jetzt noch einmal rein. Oder eben aufpassen, dass es nicht unten zu schief und wenn du es hübschst, muss es unten gerade sein, dass die Klinge schön rein geht. Aber da wird die Klinge schön abgezeichnet, das ist toll. Es ist schade, dass wir jetzt nicht vergessen, ein Foto machen. Reili, da her, du musst dich das jetzt anschauen, die sind gleich wieder weg. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018